herzlich willkommen zurück zu jedi fallen oder meine freunde ja ich habe das holocon verloren was ist jetzt Treffer! Hände hoch! Stopp nochmal am Boden! Er ist getroffen! Ja, holt ihn euch! Die Verwendung ist zu gut! Ich kann nicht mehr kämpfen. Er ist wirklich verwundet. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich werde Stimp-Pack nehmen. Hey, Kumpel, Stimp! Erkipp dich! Bleib im Gleichgewicht! Ah, Moment! Ich brauche Verstärkung! Er stellt uns aus! So, und jetzt der dritte. So, der nächste. So. Noch einer hier. Noch ein Imperialer hier. So, wo muss ich jetzt genau hin? Ah, diesen Weg kann ich noch nicht betreten. Ja, okay, ich könnte nur über die Schnüre zurückkehren. Okay, alles klar. Das heißt, äh, hier lang. Moment, wenn ich jetzt diesen Weg rechts gehe, komme ich an einen Punkt, wo ich was entdecken könnte. Ich glaube, das könnte ich machen. Genau. So, jetzt. Ah, da haben wir eine Kiste. WD, meinst du, du kannst sie hacken? Ja, und los geht's. Sehr gut. Ein neues Lichtschwertmaterial. So, und wo muss ich jetzt hin? Ah, ja. Nach unten. Nach unten muss ich. Stop, 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 stop. Da ist was zu scannen. Die Kreatur fühlt sich sehr, sehr wohl. Beschützer von Borgano. Hm, wüsst das nicht du? So. Okay, da komme ich nicht weiter. Halt, stop. Nee, da komme ich auch nicht weiter. Aber, wenn ich jetzt hier... Genau, ich müsste jetzt hier komplett runter. Genau. Moment, ja. Da. Ah, ja, da drüben geht's runter. Da ist ein Aufzug. Ah, gut gegangen. Gut gegangen. Kann ich das verschieben? Jetzt haben wir da schon wieder einen Weg. Weg nach vorne. Jawoll. Da. Nach oben. Ein Meditationspunkt. Und wieder raus. los. Genau. Was ist das? Okay, dann geht's hier rüber. Dann hier an die Wand entlang. Dann hier rüber. Und... Opsa. Ah. Asch. Okay. Da kann ich nicht entlang. So. Jetzt müssen wir den Weg nach oben. Ah, ja. Okay. Ah. Moment mal, aber ich müsste dazu irgendwie nach da oben kommen. Ne, da komme ich nicht lang. Na gut. Ne, da komme ich nicht lang. Na, den können wir hacken. Ich denke, du weißt, was du zu tun hast. Schnapst dir, Kumpel. So. Komm raus, Kumpel. Ein Skin, sehr gut. Wo kommen wir jetzt hier lang? Ah, da gibt es zwei Wege. Ah, da könnte ich auch. Okay, da kann ich auf jeden Fall. Wirst du damit fertig, BD? Na wunderbar. Sehr schön. Ein weiteres Geheimnis entdeckt. Oh, was willst du? Mein Freund, ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Trotzdem, sie gab mir ein Holokan aus dem Video, relativ eine geheime Kopie der Liste von jungen Machtbegabten. So, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Gut. Sonst gibt es hier... Er wartet, da ist noch was. Was hast du gefunden? Was hast du da? Ein Droiden-Kairin. Ah, ja, genau. So, jetzt schauen wir mal, ob es noch irgendwas gibt. Der Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt, ein besonderer Ort. Ich nehme den Griff mit. So, nehmen wir das Schwert weiterhin an uns. Sehr gut. Weil ich will es jetzt so weiter nicht verändern. Und los geht's. Und weiter hoch. Genau, hier ist jetzt... Jetzt habe ich den anderen Weg. Sehr gut. So, jetzt geht's wieder runter. Ups. Jetzt wäre ich ja fast abgestürzt. Aber auch nur fast. So. Also. Genau. Und hier rüber. Und hier runter. Ja, da bin ich falsch gerutscht. Ich habe es zu spät gesehen, dass da eine Rutschbahn für mich ist. Ich hasse Rutschbahnen. Mag sie überhaupt nicht. Okay. So. Jetzt frage ich mich mal. Aha. Wo führt der Weg hin? Okay. Mal sehen, ob mich dieser Weg irgendwo hinführt. Also. Ich glaube nämlich, ich hätte diesen Weg da direkt zu dieser Steinwand finden müssen. Alles klar. Glaube, dass ich das am Ende auch noch machen muss. Knochen. Ja, aber unglaublich alt. Mir sagen sie nicht viel. Und noch ein Echo? Eine Begelebnisstätte. Eine Begelebnisstätte. Ruheplatz. Ein alter, die hat sich nicht menschlich. Ja. Genau. Ist genau das, was ich bereits vermutet habe. Ich vermute mal, ich muss mich direkt da an die Wand. Mal sehen, ob das klappt. Ja, genau. Hui. Ab in die... Ab in die... Ah, ja. Ah, ja. Äh, ja. Geht auf. Ah, ich hatte... Ich glaube... Ich glaube... Äh, ja. Ich glaube, ich stelle mich wieder saublöd an. Zu spät. Ha, jetzt haben wir's. Da braucht man 20 Versuche, schon klappt das auch. Hey, hey, hey. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir hier... Was haben wir hier entdeckt? Äh, sieben Truhen und drei Geheimnisse. Ja, das Problem ist, dass ich da nicht hochkomme. Ja, ich komme nämlich da. Probieren wir's noch mal. So. Also hier werde ich nicht hochkommen, normalerweise. Nee, klettern. Wie schaut's? Nee. Ah. Hm. Irgendwie muss ich das doch, dieses Problem lösen können. Dass ich da hochkomme. Ah. Da ist eine Schnur. Nee. So. Also. Nee. Aber fast. Nee. Nee. Nee, das klappt irgendwie nicht. Aber da oben ist eine Schnur. Ganz weit oben. Ganz weit oben. Und die kann ich aber nicht... Nicht herziehen. Äh. Muss mir was anderes einfallen lassen. Na gut. Na gut. Also ich hab jetzt da... Hm. Mir will nichts einfallen. Irgendwas. Irgendwie muss ich da hochkommen können. Irgendwie. Nee. Nee. Es ist jetzt wurscht. Nee. Ich bin jetzt gemeint, das Ganze zum zweiten Mal. Weil ich, glaube ich, hier hinter muss. So, jetzt bin ich mal kurz mal. So, auf geht's. So, jetzt sind wir wieder da an der Ausgangsstelle und jetzt können wir gleich wieder zum Anfang. Okay. Warum hast du das jetzt nicht gemacht, hä? Bilder hoch. Nein, hat er nicht gemacht. Verdammte Tat. Na gut. Na gut. Dachte ich kann das BD-8 automatisch? Moment. Nee. Klappt nicht. Klappt nicht. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Jetzt muss ich überlegen, wie ich... Ah, eigentlich ganz einfach. Äh, ja. Nämlich... Ich nehme doch diesen Aufzug hier. Genau. Geht doch viel einfacher. So. Dann, wo geht's immer jetzt lang? Wie gesagt, ich habe den Weg nicht mehr so im Kopf. Den Weg habe ich jetzt leider nicht so im Kopf, wie ich das gerne haben wollen würde. Moment. So, jetzt hat... Ja. Genau. so ein speicherpunkt den machen wir jetzt nicht genau und warum sollte ich das jetzt gerade wieder machen pd 8 pd 1 aber warum sollte ich das tun ich will das nicht tun da war ich schon dann klettern hoch besser gut sehr gut sehr gut sehr gut aber da will ich jetzt nicht mehr hin weil da war ich ja schon genau das heißt hier will ich hin genau perfekt jetzt bin ich im kreis gegangen leute 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 hier will ich auch nicht hin genau dann hier würde ich nicht hin und dann hier will ich hin ja pd 1 hier will ich aber nicht hin genau hier will ich hin und hier haben wir schon hier fliegt doch was hier ist hey da werde ich wahrscheinlich nicht drüber kommen das ist jetzt blöd ich muss genau eigentlich darüber das könnte ich mal probieren ob ich darüber komme ich bin schon wieder fast ja nein das habe ich mal schon gedacht aber sowas von weit ab weltweit ob ich fallen es ist ein bisschen zu weit das gleiche spielchen wird wahrscheinlich auch da drüben sein oder ja ich vermute mal hier werde ich auch ja da komme ich irgendwie nicht rüber es ist zu weit selbst für einen für einen normalen macht sprung hier hier Ah, ich nähere mich? Oh? 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 Oh. Oh? 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 du bist mein retter gut aus kumpel und noch ein haben wir wirklich haben wir wirklich noch ein ist im pack tatsächlich aha Aha. Moment. Nee. Moment einmal. Moment einmal. Irgendwie muss man darüber kommen. Aha. Also darüber kommt man, aber wie komme ich da wieder da hoch? Okay. Na gut. So. Und schon sind wir bei der zerklüfteten, wieder bei der zerklüfteten Ebene. So. Jetzt bin ich hier. So Leute. Bin ich hier. Und ich bin immer noch, hab immer noch nicht alles entdeckt. Es fehlen immer noch zwei Geheimnisse. Und es fehlen immer noch neun Truhen. Glaub's nicht. Es sind immer noch neun Truhen, die fehlen. Meine. Meine Güte. Danke. Irgendwann, der Weg, der da hinten ist, der, wo es da nach oben geht, da muss ich schauen, dass ich da einen Weg nach oben finde. Da bin ich mir fest davon überzeugt. Ach ja. Und ganz hinten ist noch eine grüne Tür. Okay. Also Leute, aber ich werde es ja auch an dieser Stelle dieses Video hier beenden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo und Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, servus. Und natürlich möge die Macht mit euch sein. Das ist ja auch an dieser Stelle. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018